Ich bin hier bei der Schollmühle in Möttingen in der Schweiz, habe hier ein paar Fotos gemacht und wir schauen uns das Ganze hier in einem kurzen Video mal an. Ich komme hier zu einer Art Lagerraum. Ich schalte hier das Licht an und auch wird verdient. Ja, das sind noch ein paar alte Arbeitsgeräte. Ein Blick unter Wasser. Hier, verhältnismäßig dunkel, ich schaue wie das so eine Art Wallerband. So ein Info-Tunnel, wo früher Gereite gestanden sind. Schauen wir uns das Ganze hier noch mal so kurz herum. Es scheint hier auch verschiedene Ernte zu geben. So ein kleiner Park oder Fluss. Hier sieht man einige dieser Schäulen, die man hier abgebaut hat. Ja, und von hier hat man einen Blick knapp über der Wasserlinie. Schaut eigentlich sehr interessant aus. Schaut eigentlich sehr interessant aus. Ja, das dürfte so Richtung Altstetten sein. Und hier, das ist dann alles wieder die Schollmühle hier in Möttingen. Das ist dann alles wiederholfen. Hier resistant sich little am track zu gehen. So ein kleiner Park. Hier gibt es đi Absamam. haben dich Però sagen. Spann.